Hallo und herzlich willkommen bei WormsRevolution. Du bist die Hose. Eine kleine biederliche Biese Hege. Habe ich den wirklich geschafft gerade eben, den abzufangen, den Intro-Satzstück? Ja. Ihr müsst euch überlegen, ich sehe ja nicht, wann der Chip da die Aufnahme startet. Das hatten wir schon. Hi. Hi. Die Möwe dahinter ist auch dabei. Hi Möwe. Hast du auch Riva gesagt, du Arschloch? Ja hab ich, du Penner. Na ja, hat der Riva gesagt, du Arschloch? Ich hab's nicht gehört, ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich bin wichtig. Dann nahm ich die Bazooka und schoss ihn vom Dach. Ist das meiner? Töte ihn! Günther! Ich weiß nicht wer's war. Ich hoffe Markus. Ja! Hashtag, äh, Hashtag, Hashtag Scheißspiel. Hashtag. Das war ja alles in Ordnung. Hat es nen Tag? It has a Tag. Hashtag. Hashtag, Hashtag. Hashtag, Hashtag. Pascal, meintest du eigentlich mit Barbie die Barbie oder den Barbie? Da ist auch noch Ken dabei. Markus, der Barbie, weißt du? Ah, das Barbie-Museum. Juhu! Loll! Alter, du alte Schlampe. Juhu! Das war ein Homegun. Tut mir leid, ich wollte dich eigentlich rausschmeißen, damit's schmerzlos ist. Äh, ähm, ich glaube, der Pascal meint wirklich den Barbie aus dem zweiten Weltkrieg. Klaus Barbie, glaub hieß der, ne? Horst Günther vielleicht auch. Ja, macht ja nix. Geschichte mit Nitro-Küken. Ey, ich muss, ich muss den hier wegkriegen, weil das ist, das ist risky. So nah an Mutter-Bengar-HD? Ja. Ich beweg mich prörfchenweise. Wow. Leg doch, leg doch ein Dynanid mitten in die Mitte. Wenn du denkst, das geht nicht mehr, kommt von irgendwo. Bazooka her! Warum gehst du schon wieder auf? NEIN! Ich gedanke. Das bin gar nicht, ich schade. Alter, alter. Oh, ist auch noch das. Mach dran. Könntest du da ja einfach ne Granate runterwerfen, ey? Na, Schnuckis? Komm da! Geh am besten ganz nach hinten in die Ecke. Genau, geh in die Ecke, wo du hingehörst. Länger gedrückt halten, länger... Och, du musst länger gedrückt halten. Oh, guck mal, da liegt. Oh! Abstoß! Aber wie mein Timbuktu gleich aus der Gefahrenzone raus ist. Ja. Ragequip. Mein Hund hat genießt! Nein! Oh, schau zu hoch! Was geht denn jetzt bei dir, Alter? Ja, mein Hund snießt gerade die ganze Zeit. Er liegt auf meinem Bett so mit dem Kopf weg von mir. Und ich seh nur, wie der Hund sich die ganze Zeit schüttelt und schüttelt und die ganze Zeit... Ich habe keine Ahnung, ich glaube, da ist hier Minekraft. Oder meinst du den von oben da, ganz oben? Den ganz oben? Ganz oben? Ja, Pascal. Hattest du ein Glück? Du standest doch auf dieser einen Ecke da, ja? Ja, ich bin noch mit Absicht nach vorne gelaufen. Ach so. Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Na, und jetzt bin ich gleich weg. Ich glaube, der Pestlufthama kommt. Obwohl, so wie ich ihm, keine Ratterflüsse hinkriege. Geht jetzt einfach mal die ganze Zeit, äh, hin und her? Betten, der geht gleich wieder auf mich? Nimm den Grünen, der hat's... Mensch, ich kann so schlecht zielen. Das greffe ich damit? Ah, alter. Nein. aber du hättest die glinde in das eck reinballern können dann wäre die vielleicht auf die mine drauf geflogen ja das wäre eine gute idee gewesen was kommt hier da oben irgendwas muss da oben sein lass mich mal durch ich hab ein bisschen schiss deshalb kriegt er das jetzt guck mal wunderkerze da ist dann der da unten granatenwurf des jahrtausends du könntest du töten what the fuck man so mit mutter banger hätte ich dich sofort töten können ach so ja du hättest mich durchschauen können ich hätte die zwei einfach runterschmeißen können mit der ich ahne ich mir das fürchterlich ist woher weißt du das obwohl ich würde mich damit rauskriegen und auch noch aufeinander stehen bleiben er bleibt doch hier stehen hier so du musst jetzt beide mit dem baseball stück runterhauen nein nein die ist mein nein du wirst nicht du bist in die andere richtung da ist die nenne jetzt gib mir noch eine tippe ja natürlich weißt du ich hab nie das lag dass ich mal blind gerne krieg ich hatte vorhin zwei was ihr seid miese ficker den ersten hab ich dir weggenommen hey nice ohne witz nice ist gut ist gut ich geh dann er trifft er trifft Nase nicht mit dem baseball schläger ich setze ihn so schön an dass du beide damit treffen könntest mach es das müsste klappen das müsste wirklich Boah, scheiße. Wow. Ne, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, der andere blockt den, also das Pascal oben, den Schlag auf dir es blockt. Ach du hast mir Musik gehabt. Ey, lass Joghurt. Ich stand ja direkt vor dir. Hast du das erste Seife braten? Oh, Alter. Alter, er springt einfach schon. Jetzt kommt der Esel. Jetzt. Ne. Doch. Nuh, nuh. Doch, doch. Oh, doch. Joghurt, das war so klar. Es war doch so klar, dass dieser fucking Fotzkopf kommt. Ja genau, trifft mich zweimal, du Boah. Ja, Alter. Ja, will er mich denn verarschen? Wunderbar. Ja. Wenn ich eine da biete, ey. What the fuck? What the fuck? Vor allem du sagst doch, jetzt kommt der Esel, Alter. Ich müsste mir echt dran, das Lach ist so heftig. What the fuck? Wie viel Lack kann man eigentlich haben, dass man jedes Mal den Esel kriegt, Alter? Ja, so ein großes Auto hat eine Menge Lack. Abnormal. Oh mein Gott. Der kriegt jedes Mal diesen fucking, fucking Esel. Ich da im Internet. Hat der denn nicht gerade den Esel? Hey, war das, wer war denn da vorne dran? Hey, Markus. Markus hatte den Esel. Achso, Markus hatte den Esel. Ja gut. Ja, das... Oh, bricht du. Das hat sich echt mega gelohnt. Tust du treffen. Nimm den Presslufthammer. Mach den Presslufthammer. Oh Gott, Pascal. Ah, scheiße. Ja, im Fachausdruck nennt man das... Oh, du. Wir Presslufthammer hättest du da einiges mehr bewirken können, gell? Oh ja. Oh, sieht ziemlich aus. Jetzt ist der auch noch dran. Oh, scheiße. Guten Tag. Mein Name ist Heißplitiker Joghurt. Van Gretten. Geh doch auf die andere Seite und versuch mich in den Bestmachleger mitzuschlagen. Get up the streets. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Na ja, der Baseballschläger macht ja 30 Schaden. Die Bazooka 55. Alter, Alter, Deus, hör auf zu pfeifen, Mann. Alter. War Rosa BH sicher? Ja. Ja, gut. Oh. Ich würde ja gerade sagen, der Fiedensvertrag gilt noch. Aber den Friedensvertrag, den Tobi und ich geschlossen haben, der ist der letzte Aufnahmesession gewesen. Ich würde es jetzt auch einmal machen. Oh, scheiße. Oh, scheiße, nein. Stopp es. Stopp. Ja, aber der Fetter, ab. Oh mein Gott. Alter. Oh, ich habe meinen Finger gebrochen. Oh, eine Liebenskisse, die werde ich mir jetzt erst verholen. Mensch, Heidel traut, schön, dass du da bist. Und Fridolin hat es eine gute Fahrt. Jo, jo, jo. Ist der gerade erst mal vorbei? Wer? Ich habe dich schon noch getroffen. Der hat auch fast Kluft. Ja, ja, ich habe dich schon so ein bisschen getroffen. Nicht viel. Ach, du bist von 60 auf 46 runter. Ne, das ist doch nicht viel hier. Ist nicht viel, ne? Ne. Ja, dann hat man 60 Euro und danach nur noch 46 Euro. War da rechtzeitig, oder was? Ähm. Da geht Splitting jetzt schon wieder, der Esel. Ne, ne, war ja keine Waffenkiste. Oder? Oh, eine Kiste. Ja, das ist jetzt echt blöd gelaufen für ihn. Minecraft hat, hat, äh, aufgegeben. Nennen wir es. Mensch. Oh mein Gott. Was war das denn? Ja, Internetverbindung abgebrochen, oder so. Ja, er war aber auch kein Gegner. Was war das denn? Ach, was bist du denn für ein Arsch, ey. Was hat Geschmack? Was für Geschmack? Du bist einfach nur ein Arsch. Nein, ich habe wirklich Geschmack. Ich glaube, ich habe was verschluckt. Entweder ist das Nutella oder der Morgenstuhl. Oh, scheiße, voll gegen das Mikro. Habe Stromausfall. Okay, damit wisstest du, Zuschauer, der... Ja, bei ihm wurde die ganze Zeit schon gebohrt. Ja, wer weiß. Wahrscheinlich so die Leitung drauf. Und dann Bohrmaschine haben sie genutzt, um den Zement zu malen, um einen guten Kuchen zu backen. Was war das? Ach, da ist irgendwas runtergefallen. Ey, warum gehst du denn schon wieder auf mich? Ja, warum nicht? Mein Abraham von Zebra kann nicht mal ein Zebra haben. Warum? Weil Arafat mein Fahrrad hat. Er ist tot. Bye, bye, baby. Noob. Wie, der hat noch einen? Der hat noch einen. Der hat noch einen. Der hat noch einen in einer ziemlich beschissene Situation. Ja, ja. Na, ja. Könnt euch alle saufen. Ey. Van Damme lässt du in Ruhe. Aber nun ist es ja jetzt mal... Also... Homerunstern. Ja, um zu stubsen. Das ist doof. Ich werde dich finden. Und ich werde dich töten. I will find you. And I will kill you. Ich nix spreche deutsch. Mit mir leid, nix spreche deutsch. Hi. Ach, pack Hugh doch einfach in den Arsch, ey. Hüchte, das trifft nicht, aber ich versuche es trotz alledem. Jaaaa! Ich sag doch, trifft nicht. War schon mal gut, ja? Ach Deus, learn einfach to play, ey. Lol. Ich weiß nicht, wie du das drehen kannst, sonst hätte ich dir jetzt... Das ist mal mit den Bildtasten. Äh, das ist meine Mute-Taste. Was, die Tab-Taste? Äh, was, die Bild-Taste. Tab, ah! Ja. Lol, wie machst du das? Das hat-Taste. Kann ich mich jetzt bewegen? Ja. Lol, was ist das denn? Danke Deus. Bitte. Ach, fuck Hugh doch beide einfach. Fuck Hugh doch beide. Ich hätte mich natürlich auch einfach weg teleportieren können, aber es wäre zu einfach gewesen. Jetzt hast du da unten einen, den keiner besiegen kann, weil er nicht hinkommt. Der einzige, der hinkommen würde, wäre hier äh, unser kleiner Jackpack-Nasen-Mensch. Oh, schöne Sache. So, da erstmal einen vollen Gelbbeutel. Komm mal Gisela, wie geht's dir? Boah, ich find's super. Ja, das war... Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Volle Sache, Alter. Volle Sache. Dumm, dumm, tsch, dumm, dumm. Ach, was willst du denn? Ich fürchte, ich treffe nicht, wenn ich das tue. Ich versuch's trotzdem. Andere Richtung wäre wahrscheinlich härter gewesen, oder? Ja, dann wär's nicht runtergeschlossen, weil die Seite zu erreichen wäre schwierig gewesen. Der paddelt sich da jetzt grad zur Runde. Ja, aber warte, warte. Weißt du, ich meinte so rum. Ey. So. Guck. Weil das sieht echt gut aus, eigentlich. Ich trifte ihn ganz gut, eigentlich. Guck. Wollte mich verarschen. Das geht übelst ab. Ja. Sieht gut aus. Ich wollte eigentlich Deus nur zeigen, warum ich das eingesetzt hätte. Ja. 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 Boah. Boah. Ich bereue nichts. Oh. Ey. Ich hab noch gedacht, du schaffst das jetzt da oben. Ey, das wär so hammer gewesen. Genau über das Wasser drüber. so geil gewesen. Wär so geil gewesen. Ich wär so wow. Wow. Na, was machst du jetzt da? Wahrscheinlich nix. Aber mich wird echt interessieren, ich weiß zwar nicht, ja doch, gut, ich weiß, warum ich den da unten nicht bewege, weil der da unten ziemlich sicher ist, aber naja. Teleportieren wir uns noch. Äh. Äh. Irgendwann ein schlechtes Alter. Naja. Oder nachher halt, dass du eine Bananenbombe oder so eine Kacke und sagst, äh, und erinnert sich, oh. Was, Herbig? Wie war der Unterschied? Eine Bananenbombe. Ja, die hab ich. Was, wie die hast du? Ja, die hab ich gerade eben rausbekommen. Bananenbombe. Ist ernsthaft? Ja. Aber du bist eine, eine, aber... Aber ich find das voll scheiße. Du eine dumme, miese, miese, kleine Huhe. Ah! Ah! Oh, ne, no, no. I want to agonate. No! Ja, lol. Ja, lol. Was geht denn bei ihm? Alter, das wäre nur ein bisschen höher, da hätte ich dich getroffen. Und jetzt hat der auch noch eine Bananenbombe. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem Problem, was ich hab. Ich kann mit diesen, äh, Sachen hier nicht umgehen. Was zum Beispiel, ähm, hier das Jetpack. Einmal Leertaste und dann nur noch mit den Pfeiltasten lenken. Nur noch mit den Pfeiltasten. Ja, äh, du. Oh. Ja, egal. Warte mal. Nochmal Leertaste? Hui. Ach so, nochmal Leertaste. Genau. Ja, und dann hab ich dieses Ding halt hier. Oh ja, das ist die Bananenbombe. Ja, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt, wenn ich das jetzt da runterwerf. Nö, ich schätz mal nicht. Doch, weil die verteilt sich. Ja, jetzt pass auf. Och, alter. Nein! Alter, blöde Fickpotzen. Scheiße. Was ein Schrott. Das ist wie der Esel, ey. Egal, das dauert jetzt ewig, bis wir fertig sind. Das hätt's so einfach sein können. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Ja, lol. Nice. Der geht nicht selber. Oh Gott. Wow. What the fuck. Letzte Bewertung zum Beispiel. Oh Mann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wow. Wow. Wow.